Hallo und Willkommen zurück zu Tales of Xylia So, wir befinden uns jetzt im finalen Kampf gegen Maxill Mila ist auch wieder da und ich werde sie wahrscheinlich auch erstmal entziehen lassen Das sollte Ich denke ich kann es gut sein Sehr schön Ähm Ich weiß nicht genau was da Aber jedes Mal müssen wir von vorne anfangen Ich bin 2011 did me available kalkiggits 야 야 bragg ought back och inum 1 4 5 5 6 5 6 7 Aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen mit den Parts verschätzt. Ich glaube, es sind doch noch ein paar, die das hier jetzt kommen. Ich würde sagen, das sieht aber ein bisschen anders. Ja, komm her! Noch 18.000... 10.000 habe ich also schon... ...weg. Nee, 100.000, oder? Oder? Ah, 100.000. Geht das überhaupt... geht das noch stärker, weil hinten von so ein... Auch noch zwei Nullen. Power-Treffer. Ah! Das hat sich gerade geändert. Jetzt ist er gegen... Alles, was ich so mit Leia... ...Machen kann. ... 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 For the origins of time and space. Erinnert sich das vielleicht nach jenen mitten? Ne, doch nicht nach mystischen Arten. Hat das... Jetzt hat sich's wieder geändert. Jetzt ist es eigentlich alles... ...alles, was rowen kann. Na egal. Ja. 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 Ich glaube, ich würde für mich auch mal angreifen lassen. Ich glaube, ich werde das nicht tun. und wer ging schon wieder nicht mhm 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 jetzt hat sich wieder geändert ne so ganz verstehe ich mich steep Ich mach das So echt kein Spaß, wenn er dauernd Ausweich Einfach nur noch postieren Oh up Jetzt hat sich wieder geändert. Genau, jetzt ist eine Gegenfeuer. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgelegt. Na komm her. Auf dich zu verteidigen! Und zieht mir damit dauernd mein Mana. Was hast du schon wieder geändert? Das ist doch unfair, sowas. Du bleibst mit... Du kannst mir geschlichen... Du Arsch! Hau ab! Caucho! Ich wudba... Versteh es. Das war's für heute. Jawohl! Endlich! Der Kampf gegen den ist so anstrengend, ich muss mich so hart konzentrieren. Schwäche, Feuer. Noch 39.000. So langsam wird's ja. Was macht der da? Okay. Okay. Oh nein! Ich hätte gehofft das schon wieder rum. Oh nein! So ein Krack! Okay! So... ... ... ... ... ... I'm all out! You can serve your energy! You can serve your energy! That's my ... ... heilin, heilin, heilin! ... 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 Die . . . . . Ja, hau ab! Komm her! 59.000 Und? Und Schwäche gegen Feuer. Immer noch gegen Feuer. Sehr schön. Sehr schön. 22.000 Und haben wir es. Noch hat das nicht geändert? Noch hat das nicht geändert? Aber jetzt hat er es geändert. Ja, es ist wieder Wasser. Thats nicht geändert. werden wir aus der Seine wir verwalten. Das ist schon mal. Das ist Igual. Dann das nicht geändert. Ich bin so einschuleinig. Ich bin so einschuleinig. Weil wenn er jetzt die Chance bekommt, seine mystische Art auszuprobieren und es ist ja unmöglich, durch diesen Angriff auszuweichen, wie ungerecht. Das krieg ich jetzt auch noch hin. Und damit ist Max wirklich die Geschichte. Okay. 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 Hey. Hi there. Hey! Mila! Elis. Leia. She's back! I feel blessed to have lived long enough for this reunion. To think that we would meet again. This feels like a dream, but it's real, isn't it? I'm glad to see you too. Welcome back, Mila. Thank you. Honey. Hey! Stay away from us! Or am I gonna have to finish you off my... Or am I gonna have to finish you off my... I do not understand And the four Tell me What is the meaning of this I could no longer stand I'd leave by and allow you to continue with this Spolly Right, exactly So we decided to help Mila out And bring her to the spirit realm How dare you, I gave no such order Lord Maxwell, all people have hearts Hearts and minds, just the The same as we do You Can't just treat them like tools Even if it does help save the World in the end Maxwell You may have been the one to give me My mission Nevertheless, it was Still my own mission You exerted Your own will And that was a decision that came straight from your own heart Yes The world you created Seems to serve no purpose other than to exist But What kind of life is that for It's people I We all just want to live I I suppose that This is why I could not understand your actions Human hearts Human hearts Truly are Complicated things Perhaps My ignoring That fact Is what Ultimately led me astray I Shall dispel this schism Are you serious? Maintaining this Schism requires a tremendous This amount of mana Dispending Dispaling it Will disperse this Energy into the world That should Protect The world's Spirits At least At least for a time Anyway It will Grant us a reprieve of a few Years Possibly Even a few decades At best Thank you Max Well We'll figure out a solution Both Riza Maxia And Olympias Will live on together We'll find a way You Have my word So Maxwell You would Step Down from your rightful place As this world's god God Gaius Answer me Maxwell I have grown weird A mere Story of constantly being At the mercy of human Hearts Maxwell If you wish to Abdicate your throne As Riza Maxia's god Then I shall sit upon On it in your stead A mere Human to replace me as my Equal How absurd You are not Worthy at all It is not a question Of being worthy It is a question Of actually being Willing and able If you cannot fulfill Your obligations Then I certainly Will Not so fast I'm afraid that's not gonna work For me either It Matters Not I don't need your approval Such Power It can't be The Lance of Crest Nick What choice Did I Have After all You refuse to tell me What I should do Now Didn't you Music Have you lost your mind I cannot Allow you To destroy The schism Maxwell You shall serve As the cornerstone Of your own World What 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 It is my mission To protect The schism My Mission Mine 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 Rel Release me Right now There's an order I'm afraid it's too late You're always too late You're always too late Come to me Music Are you prepared Whatever my lord Wishes No Stop now You Can't be to unleash it Behold Musee's true Power A sword That can Slice through space In time I don't expect We'll meet Again Farewell My sister You can't be Serious Why are you doing this Gaius For the sake of those Who were killed I will go to Olympias And you shall Return to Rizamaxia Where You cannot Come on Come on You gotta be Kidding me I can't hang on Hang in there Release Help 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 I've got You What can we do That Well no Wait What's going What's going on What's going on Not another Another one Leave at once This man is not worthy of The name Maxwell We shall see Everyone Brace your Damn What's going on Oh Ja, ja, ja! 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 Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Die Leute von der anderen Seite gesehen haben sie schon gesehen. Aspyrex. Hold your horses. Huh? Life would be a drag without it. Liter- Oh, you're probably all starving. Why don't you mosey around while I whip something up? It's your first time on this side after all. Okay, das ist ähm... Sehr... Interessant, das muss man wirklich sagen. Hm? Oh... Ja, ich... Ich werde jetzt aber hier auch einen Cut machen. Es ist eigentlich... Abwerfen. Überraschend. Überraschend. Ich glaube, Max wird... ...hat das andere Tor geöffnet, damit... ...mit wir in Olympios landen. Und dann... ...wir dann doch nochmal mit Gaius äh... ...kämpfen können, aber... ...was mich... ...in Gaius so ein bisschen stört... ...bei Xylia ist, dass er von Böse... ...zu gut von... ...und von... ...zu gut zu Böse wechselt, dass... ...was immer so ein bisschen... ...hin und her... ...manchmal kann ich seine Prinzipien verstehen, man... ...manchmal ist er einfach nur ein Arsch. Wieder vereint. Wie? ... ... ... ... Ah, nostalgisch. Gut, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüssi!